So, damit gehen wir zu Freedom, diesmal auch mit der richtigen Bezeichnung, äh, Level 4 haben wir bereits letztendlich gemacht, so, Freedom 1, genau, ist das das Richtige, ne, das ist garantiert das Falsche, denn wir brauchen ja die alte Version. Und eigentlich fällt mir gerade auf, wenn wir sowieso gerade schon mit der alten Version spielen, Freedom hat sich ja doch als relativ dunkel erwiesen und da stockert mir einfach mit dem Flashlight ein bisschen zu dolle, deswegen spielen wir jetzt mit dem normalen Flashlight. Flashlight ist ja eins von den Sachen, die man auch noch im Nachhinein rein und rausnehmen kann, weil das an sich keine, ja, Funktionen verändert, die gespeichert werden, in der Speichersicherheit, in der Lalo-Li-Datei. Ich habe nichts gesagt, habe ich irgendwas gesagt? Werde? Kann ich mich doch gerade daran erinnern, habe ich was gesagt? Hm, ich sprach von Gott und die Welt und den Sinn des Lebens. Ja, gar nicht. Ich weiß halt, hätte ich irgendwas gerade gesagt. Warte, warte, mich, was? Warum reagieren die direkt auf mich? Keine Form. Oh, Alter. Hä? Ich verkritte, ich... Warum sind hier oben auch da unten Türen? Nee, da unten sind ja keine Türen. Hä? Sind wir gerade Rippe raufgelaufen oder was? Alter, das ist mir gut, egal. So, feiern. Bleiben wir hier unten. Bam. Oh, sehr, Ende. Finito. Oh mein Gott. Oh. Gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Scheiße. Na komm her. So. Die schlimmsten aller Gegner erstmal weg. Okay. Und jetzt. Aha. Okay. Oh Gott, ist das hässlich. Ist das hässlich? Oh mein Gott. Gut. Okay. Oh Alter, das geht ja mal gar nicht. Okay. Oh Alter, da geht ja mal weiter. Alter, wie viele? Get him! Ich hasse es so sehr, wenn diese Viecher einfach so rein spawnen, ey, das ist sowas von behindert. Ich habe es nicht so, wenn diese Viecher einfach so reinziehen. Die! Oh Gott! ZOMB Oh, Lava. Keine Super Shotgun? Oh. Oh, Shalda? Whoa. Whoa. I'm not going to hit you. Huh, you okay? Ah, das war der Rombo, genau. Was war so denn? Ach, da drinnen. Oh. Okay. Hier ist so ein schöner Vercheckposten. Oh, Alter. Von wo denn? Nein. What the fuck? Kann ich da irgendwo hin oder gleich so sterben? Nein. yap, das ist so leer. Nein. Hör doch da noch einen. So, hier drin. Na gut. Okay. Die Räume bringen jetzt genau was. Achso, hier geht es noch weiter. Ah, eine Minigun. Äh, von Munition her können wir die mitnehmen. Das Pack da unten nicht. Ist wahrscheinlich ein 100er, von daher. So, die Frage ist, was haben wir jetzt hiervon, jetzt abgesehen von der Munition, eigentlich gar nichts, oder? Oh, da war jemals noch was anderes geöffnet. Ah. Ja gut, gehen wir mal hier rüber. Wow, können wir gar nicht. Weiter. Hat sich ja voll gelohnt. Wissen wir da runter? Ich hoffe mal nicht. Gut, da kommen wir runter, ohne uns, als ich jetzt verletze. Was denn, wo denn? Wow, hat uns immer gar nicht gebracht. Außer Munition, die wir noch gar nicht brauchen. Aber eben, wo haben wir ja noch gar nicht. Ich muss also dadurch. Gut, da hinten ist so ein kleiner Vorsprung. Da kann ich also rauf. Und dann bin ich gleich komplett. Jawoll. Oh Gott, ich muss ja hier weiter. Auch wenn man nicht hat so sowas. Oh Mann, ey. Komm, überhaupt weiter? Friecht das das Ganze überhaupt? Nee, friecht uns gar nichts. Ach, leck mich doch. Friecht uns das denn? Außer gar nichts. Na gut. Das hat uns genau nichts gebracht. Das war bloß ein Secret. Go, die Frage ist, wir gehen jetzt mal zum Anfang und gehen dann mal durch die anderen Türen. Da ging es ja noch ein bisschen weiter. Da nach außen zum Beispiel. Gucken, wo wir hierhin kommen. Aha. Oha, fuck. Ach nee, geht tatsächlich. Äh, blau. Da hat man sich, ach du Scheiße. Hast du Probleme mit irgendwas? Guck mal, da ist noch einer. Oh, nicht schon wieder sowas. Noch mehr Teleporter? Nein, ist nur der eine. Na dann, warten wir mal hier. Können wir jetzt noch mehr oder war's das? Oh, da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Geht's auch nicht weiter. Es liegt also nur da. Da brauchen wir aber auch den Blaunschlüssel. Was ist das hier? Oh, achso. Ja gut, okay. Hä? Ich bin grad echt ein bisschen... Wo geht's denn jetzt hier weiter? Also brauchen wir irgendwas? Blaunschlüssel. Blauerschlüssel, okay. Da ist was. Blaues drin, aber hier... Ne, genau, hier brauchten wir auch einen Blaunschlüssel. Das bringt das also auch nichts. Haben wir doch irgendwas übersehen? Ich versteh grad nicht wirklich. Was soll ich jetzt hier tun müssen? Strich, Strich machen soll. Da ist ein Schalter und so ein Ding. Ach, wow. Ich dachte, das war ja planiert, auf dem Spiel zu überraschen, hä? Das hat aber mit dem Fallchen gerechnet. So, okay, jetzt kommen wir also rein. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal rein, wo, da lang. Mal gucken, was das hier bringt. Hat schon wieder was geöffnet. Ich frage uns ja noch nur was. Also hier ist schon mal nichts. Ach, das hat geöffnet. Okay. Okay. Ich bin jetzt auch schon wieder Teleporter. Heißt, dass ich hier war definitiv. Tiere rein teleportieren. Na komm. Was? Wieso konnte ich grad nicht springen? Wollt ihr mich hier vermöbeln? Ach so, ich bin jetzt schon wieder. Haha. So. Okay, doch. What? Man, Alter, jetzt ab. Ja, ab's kapiert. Achso, hier kommen wir wieder, genau, hier kommen wir nach da durch. Das macht soweit so gut auch einigermaßen Sinn. Da unten müssen wir da rein oder können wir da rein? Ah, hier kommen wir auf jeden Fall wieder hoch, wenn wir drinnen sind. Gut, ich gehe erstmal hier lang. Oh, hier kommen wir hier auch nach unten. Wenn wir da einen Bedarf haben. Ach man, Alter. Ich bin so froh, dass das bei der Version 3.7 vorüber ist mit dem Extremstockern. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, leider sind wir immer noch auf der Version 3.6 angewiesen. Ah ja, man kann nicht alles haben. Das Schöne ist, ab dem nächsten Let's Game wird es dann besser. Ernsthaft? Ja, wie sieht das? Das Schöne ist fools. Ich muss mich, meine Ich mutigere kommen. Was schreien die denn hier alle so rum, ey? Versteht das eigentlich das Wort nicht mehr. Okay. Warum nicht? Wir haben ja noch ein bisschen zweimal Rüstung hier verteilt. So. Sieht interessant aus. Achso, wow. Wow. Ich wollte gerade sagen, ich war der Bereich, wo wir gerade waren. Aber wieso sind denn hier auf einmal Gegner? War doch gerade eben alles ruhig. Hä? Alter, ernsthaft, Leute. Oh. Ein Schalter. Einfach mal gedrückt. Mal gucken, was passiert. Okay, hier kommen wir soweit nicht durch. Was? Ja, war klar, wir haben doch bitte noch mehr geöffnet. Das war doch klar wie Kloßbrühe hier. Oh. Ah, komm mal her. Ah, mein Lieber. Boah. Boah, Alter, Mädels. Ja, ist jetzt hier. Ja, verlippt mich doch. Ach, wir haben gar nicht gespeichert. Auch nice. Was? Äh. Ja, ich weiß noch nicht. Ach so, ich bin der Third Daggergang. Okay. Hier ist auch schon wieder der Teleporter. Ey, goddammit. Halt. Aber gut, du wirst, was eine Munition ist. Äh? Ach so. Gah lol, wieder zu machen kann ich das nicht, schade. Gut, das ist auf jeden Fall jeder offizielle Weg, genau. Das ist der Weg, den ich vorhin aufgelaufen bin. Gut. Ich bin also auf jeden Fall wieder hier unten gefangen gewesen. So, und jetzt bitte euch alle einmal gegenseitig für dich machen. Danke. So, Feierabend. Kommt der hoch hier oder? Ja, kommt hier. Ups, ja. Kommt noch wer? Meine Güte. Oh, doch nicht. Okay. Wir holen. das hatten wir schon mal jetzt kommt wieder operationen lost soul vor allen dingen operationen ich brauche mich mal rein auch Ach! Noch mehr Teleporter. 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 So, und hier haben wir noch nicht ganz aufgeräumt. Was war das jetzt? Was? Oh. Warum kommen die rein? Ja genau, schaut euch natürlich selber. Oh Gott, da kommen jetzt beide rein. Drei? Oh, Alter, Leute. Was denn schon wieder? Komm, was ist hinter mir? Ach lecker, ich bin doch am Arsch. Und jetzt schon wieder? Ach so. Na komm. So, bam. Oh. 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 Wann, dann müsste man da noch kommen. Oh, Mann, Alter. Also das Waffenwechsel ist hier echt eine Kunst für sich. das hier übrigens auch alter wie schnell können diese Bastarde eigentlich ausweichen jetzt kommen wir noch da rüber rein da ist nur noch einer, Gott sind da vier Stück ich kann so nicht arbeiten da kommt ich kann so nicht na wie ich den erledige vielleicht ein bisschen auch mit der hier ist auch alles offen jetzt ach klar, eh von dir kamen auch die ganzen Gegner ich schon wieder da kommt mal her, was? ah ja, komm er klappt jetzt so ein Vieh schon wieder ja 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 Oh mein Gott. Das sieht nicht sehr gesund aus. Okay, die rote Katze brauchen wir. Das ist auf jeden Fall so viel Scheiße. Ja, komm. Ach, Mann ey. Der ist noch bindert. Dankeschön. Ha, ich würde mal sagen, am besten erstmal warten, bis alle drin sind, oder? Gut, wir haben hiervon eine ganze Menge. Dann würde ich mal sagen, ich... Ach du Scheiße. Das war doch wieder... Meine Fresse. Ich hasse... Ich hasse, wenn die automatisch runtergehen. Äh... Da kommt. Sehr schön das ganze. Nein. Noch mehr weiter? Unseriösen Gegner? Oh, schon viele Raketen hier. Wow. Ist ja unser Raketendefizit quasi schon direkt, äh... weg. Der Jek ist ja langweilig. Hm. Na gut. Na komm. Ist ja auch noch ein Exit. Sagen wir nicht, dass das ein Secret Exit ist. Wahrscheinlich doch. Wir hatten gerade eben schon ein Secret Level. Ich habe jetzt noch eins. God. Vor allem hier hat es ein Secret Level wirklich gar nichts, weil wir haben bereits alle Secrets. Alle Waffen. Und aus dem letzten Secret Level wissen wir ja, dass wir da überhaupt keine... Wow. Ach du Scheiße. Schnelles Exit. Was? Das ist auch noch eins? Ich will nicht mehr. Ihr könnt mir alle mal hier... Wababab. Danke. Nein. Oh, ich schau raus hier. Tschüss. Ach Mann. Fuck. Kommt auch in die Lange. Das ist ja noch einer. Vielleicht hätte ich schon mal Raketen benutzen sollen. Davon liegen ja mehr rum. Ich habe hier gerade ganz schön viel in Richtung verschwendet. Wenn ich das mal so sagen darf. Mal gucken, was hier noch aus dem Editionstechnisch rumliegt. Erst mal gucken, ob das hier wirklich das Exit ist. Ja. Ist es. Gut. Dann können wir jetzt also doch beruhig Munition sammeln. Vor allem... Wo war jetzt die blaue Rüstung? Ich habe nur Absol-Camp am Ende. Jedes Mal. Es ist irgendwie deprimierend. Das ist irgendwie deprimierend. Oh. Ist ja schon wieder hier. Gott. Fisch doch schon wieder hier. Gott. Mal gucken. So, Munitionstechnik sieht mal wieder gar nicht mal so schlecht aus. Er hat zur Not auf die Blaustrotze geschissen. Aha, kaum brutt man ihr das an, folgt sie. Das war keine gute Idee. Was haben wir denn da jetzt schon wieder geöffnet? Oh, ist doch scheiße, meine Fresse, ich dachte wir hätten bereits hier so weit so gut aufgeräumt. Vor allem, es fehlen angeblich nur noch neun Gegner, das waren gerade definitiv weit mehr als neun. Aber gut, jetzt müssen wir wenigstens erst den Knopf drücken und dann, wenn wir uns umgebracht haben. Wo war das jetzt? Da. Dann erst. Äh. Ja, Mike wird schon wieder in Runde hier. Ja, komm. Ach. Dann lauf doch halt einfach mal. Ja. Ja, mach es. Was genau hat uns jetzt der Schalter hier gebracht? Der hat irgendwas rotes geöffnet. Nicht nette. Klar bin ich. Da ist was orange. Und was rosa. Ja. Was ist das? Was hat uns jetzt der Schalter jetzt gebracht? Verstehe ich gerade nicht wirklich. Ach komm, das ist doch nicht normal. Ja. 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 Und was verstehe ich. Ich hab ich auch noch mal den Schalter geöffnet haben. Ja. 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 Ist ja vielleicht da unten was geöffnet? Da war ich aber schon niemal. Ach komm, iss mir jetzt, iss mir jetzt, echt noch mal zu blöd. Oder da unten, da war ja auch noch was. Wie gesagt. Wir haben das Exit ja auch schon gesehen, von daher würde ich jetzt mal sagen, wir lassen es dabei. Und hoffen, dass wir jetzt nicht noch mit Gegner rufen, die dann üblis von uns wollen. Habe ich gerade irgendwas gesagt? Geht doch einfach mal alle weg hier. Ich hab den Secret, kein Bock mehr. Ein paar lästiges, ich hab so was, okay, Bock mehr. So ein lästiges Volk. Schau mit V. Ciao. Okay.